Wissen Sie Bescheid über diese Einrichtung? Ich weiß nur, dass es eine Irrenanstalt ist. Begeisteskranke Kriminelle. Wir nehmen nur die gefährlichsten, verstörtesten Patienten, die mit denen kein anderes Krankenhaus fertig wird. Sie werden hiermit zur Abgabe Ihrer Waffen aufgefordert. Wir sind ordnungsgemäß bestellte US-Marshals. Solange Sie hier sind, halten Sie sich an die Vorschriften. Der Himmel, willkommen auf Karte Eilig. Marshal Daniel, das ist so gefangene Rachel Zalando. Er ist also irgendwann in den letzten 24 Stunden entflogen. Ehrlich? Kann man sagen. 11 Meilen bis zum nächsten Ufer, das Wasser ist eiskalt. Wir wissen nicht, wie Sie auf dem Sie noch haben. Bei unserer Mitternachsrunde war die auf einmal weg. Als wäre sie durch die Wände verbrüsten. Der ist 67. Insgesamt gibt es 66 Patienten in dieser Einrichtung. Ja, das ist korrekt. Ja, es scheint, als würde Rachel Zalando überhaupt nicht. Sie hätten noch einen 67. Doch, doch. Eine Menge Leute wissen, was über diesen Ort hier aber keiner redet. Als hätten Sie alle Angst davor. Sie haben keine Tabletten geschluckt, oder? Beruhig dich ja nicht wieder, Teddy. Ich habe hier etwas Wertvolles aufgebaut. Kapierst du es nicht? Du bist der Rat im Irrgang. Und wertvolle Dinge werden häufig missverstanden. Wer weiß davon? Jeder. Ich weiß dann. Ich weiß nicht. Wie kann das auch möglich ist? Jeder weiß es. Ich weiß nicht. Es ist klar, dass sie dich nicht kennenlernen. Wo soll ich dann gehen? Du bist, du bist, du bist, du bist, dein Team. In compas, du bist, du bist, dein Team. Rufus! Rufus! Verli, Synes, Verlust! Irrutsu, Irrutsu, Irrutsu! Irrutsu, Irrutsu! Der Rufus, den Streifen für uns.